Ja, willkommen zurück, Borderlands 2. Ich habe ja gesagt, wir machen mit dieser Mission weiter, aber ich habe gerade eben angefangen diese Mission zu spielen und, ach hey, dafür müssen wir mindestens noch 2, 3 Level hochkommen. Oder ja gesagt, wir machen jetzt einfach alle Nebenmissionen, die wir hier haben, dann haben wir es. Dann machen wir halt die hier, die 3 Missionen in Linchwood und dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Ach okay, man fällt gerade auf, ich sollte mein Fernseher mal sauber machen. Der sieht ziemlich dreckig aus. Naja, geht mir da drauf in Sachen. Ich verziehe mich. Der Sheriff hat mich, der Beauty-Winger, gebeten, alle daran zu erinnern, was die jeweilige Strafe für den Verstoß gegen eines ihrer 238 gesetzt ist. Die Todesstrafe. Auf jedes Vergehen steht die Todesstrafe. Also bitte, reißt euch ran. Oh, da zieht nach einer Mission aus, wo... Ach ey, schnell weg hier. Ich muss ja bestimmt hier den Minenkappen. Ich seh schon. Nö. Ich verschwinde. Au. Tschüss. Tschüss. Vielleicht kriegen wir jetzt auch endlich die Mission fertig, wo wir letztes Mal dran liegen. Ach ja. Ich bin. Gut. gut we have that right Oh man. Oh man. Ah. So. Oh, das ist ein. Ah ja, das ist schlecht aus. Ja, das fängt ja super an. Eigentlich ist wie immer. Aber, ich bin kümmert. Oh Mann. Ich verziehe mich. Guten Tag. Da kommt schon etwas fettes Vieh. Ich hasse diese Vieh. Ja, bitte hier. So, bitte hier. Ja, warum? Na ja. Ja, ich treffe nichts mehr. Tschüss. Tampistisch. Geht drauf. ... ... ... ja wenn wir den jetzt auch ein geschützt Und diese Ratten sind zum Korzen. Ich bräuchte noch ein Skit oder so. Wiedersehen. Ja, ich gehe traurig. Ja, schön fest. Ja, super. Oh, das hat das Spiel gepackt. So, ich gehe jetzt runter, ich gehe jetzt runter. Ich gehe jetzt runter. Ich gehe jetzt runter. Tschüss. So, nur noch zwei. Warum? Ich verziehe mir. So, und noch eins weiter. Irgendwo muss noch zwei Skits sein. Ich komme näher. Ich kann irgendwie nicht mehr springen. Ich will nicht mehr so. Karte. Ja, klar. Ich springe in den Tod oder was? Das ist halt auch lustig. Ja, wir achten jetzt, wenn wir sie warten. Wiedersehen. Die gehen aber auch nicht drauf hier. So, verrecke. Die gehen aber auch nicht drauf hier. So, verrecke. Ich verziehe mich. Ich verziehe mich. Oh ja, das wird knapp. Warum? Wof? Ja. Ja, das funktioniert nicht. Ja! Oh Mann ey, ich kriegste keine Mission am Stück zu Ende, dann muss sie immer wieder beenden, oder was? Eine einzige verfickte Zunge noch. Oh ja, mein Gott, so und da kommen wir nicht hin, nimm das Geld zu laufen, ja genau, da ist ja auch keine Riesen-Schlucht. Will ich hier nicht schnappen? Ich sag dazu nichts mehr. Will hier nicht nur jemand. Irgendeiner. Gut, dann könnte er wieder zurücklaufen. Gut, dann machen wir die Mission fertig, weil alle anderen wir nicht machen können. Verachtet mich nicht. Da. Hier spricht Deputy Winter. Ihr lasst euch nach Beginn der Ausgangssperre nicht drauf zu blicken. Ja klar. Ey du. Ah. Klar. Da hättest du auch die ganze Zeit hier unten die bekämpfen können. Ey wir haben 9 Uhr. Zeit Navai! Ich habe ne? pessoas in Norden! Ey wir waren das wirklich. Und es wäre auch das, dass du erstaubst. Du kannst du bei uns frei. Das ist gut. Ich bin dran. Nein, komm schon da. Bis dann bin dran. Na, bin ich an. Nichts sonst das? Da, bin ich dran. und und ich kann so ein Weg und 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 hier hängt die Fotze rum so ich muss jetzt bestimmt da drunter wo ich in der letzten Folge war tschüss wow da oben hin wie auch immer ja da ein Bankraub jetzt wirds interessant schnappt sie euch Jungs dieser Schlörer hat Spahn geknacht ich verschwinde joo ach scheiße fach Leute da haben uns gerade viel zu viele Leute durcheinander angewiesen an hey schön was Was? Oh man! Das kann ich nicht öffnen! Ja komm! Komm! Hast du die Kohle? Dann verschwinde aus der Stadt, bevor der Sheriff ihre Leute auf dich hetzt! Verschwinde aus der Stadt? Ja, noch nicht. Ich hab noch hier so eine Mission. Hier nochmal Deputy Winger. Sollte jemand jemanden kennen, der Hinweise auf den Aufenthaltsort eines Kammerjägers hat, hier. Hier. Ja, hier meint jeder alles gut. Da, Kleiner. Was hast du da hinten getan? Juchu! Juchu! Los, mein Kleiner! Such! Such! Los! Los, mein Kleiner! Ich hab nicht mehr verstanden! Hier, einer tut ihm was! Der ist tot! Gott, der! Ich bin gleich tot, deswegen... Los, Kleiner! Ich hab nicht mehr viel Leben! Ich hab nicht mehr viel Leben! Wo willst du hin? Ah, nee! Ich weiß, wo er hin will! Hier spricht Deputy Winger! Bitte lasst euch nach Beginn der Ausgangssperre nicht draußen blicken! Dem Sheriff ist jeder Vorwand recht! Genau das wusste ich! Irgendeine Mission ist hier, das wusste ich! Ja, hätte ich jetzt noch ein wenig Leben! Da ist die Finger von meinem... Kleinen! Wiedersehen! Hier bin ich! Komm mal auf! Das war mein Kleiner! Komm her! Ja, hast du toll gemacht! Ach... Oh! Ja, ja, schlaft du jetzt erst mal! oh man wie gesagt die missionen sind einfach nur geil gehen wir da drauf dann gehen wir da hin dann stadt verlassen und dann haben wir da auch schon wieder alles hinter uns freuen wir uns doch